Mein nächster Sehnsuchtsort in San Francisco ist das legendäre Cable Car. Ein weltweit einzigartiges nostalgisches Verkehrsmittel, das jedes Jahr Millionen Touristen befördert. Eine Fahrt damit ist ein Muss. Das ist so einer dieser Momente in Amerika, kenne ich ja aus dem Film. Sie auch. Die Straßen von San Francisco führen, weil diese Stadt im Prinzip in den Berg reingebaut ist, teilweise sehr steil bergan. Und so vor 150 Jahren haben es die Menschen gedacht, das ist das ideale Verkehrsmittel. Ein Cable Car. Was heißt das? Cable Car? Ein Kabelauto. Richtig. Nämlich hier in dem Straßenbelag drin, hören Sie es ein bisschen, so ein bisschen knacken, dicke, 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 dicke. Das ist ein Strahlseil, ein Strahlseilsystem, was sich hier komplett den Berg hochzieht und das wiederum bewegt und zieht diese Cable Cars nach oben. Eine tolle Sache. Eine historische Sache. Leider kann man sich nicht einfach so hier reinsetzen, sondern man muss zum Start- und Ausgangspunkt dieser Fahrten. Und der befindet sich dort hinten. Und da geht das Problem los. Wirft man einen Blick auf den Cable Car-Streckenplan, stellt man fest, in ganz San Francisco gibt es drei Linien. An den Start- und Endstationen fahren die Waggons im 15-Minuten-Takt. Das Problem, Fahrgäste, die eine Einzelfahrt gekauft haben, müssen sich beim Einsteigen anstellen. In einer furchtbar langen Warteschlange. Ach Gott, das ist alles eine ganze Schlange. Wie lange warten Sie denn schon? Ungefähr eine Stunde. Eine Stunde? Jetzt geht's gleich los. Alle Einzelticket-Käufer müssen an der Starthaltestelle anstehen und warten. Einfach unterwegs aufspringen geht damit nicht. Tja, wie das so ist mit den tollen Touristen-Attraktionen. Wer da rauf will, muss lange warten. Anderthalb Stunden, die Zeit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und die Kinder, wenn ich welche dabei hätte, die würden da auch nicht mitmachen. Was bleibt Ihnen denn dann als San Francisco-Besucher? Ja, vielleicht das Unternehmen, was wir gefunden haben. Ein paar Blocks von hier. Und die verdienen sich dann der Sehnsucht nach dieser historischen Bahn eine goldene Abzocknase. Komm mit. Direkt an der Fisherman's Wharf haben wir einen Laden entdeckt, der Touren anbietet. Mit dem echten San Francisco Cable Car. Klingt doch super. Ach, wie schade. Ja, genau das will ich haben. Genau das. Genau das. Und das verkaufen die hier als Klassik-Cable-Car-Tour. Come Ride San Francisco's Only Authentic-Cable-Car-Tour. Das heißt, die einzige Tour mit echten, authentischen Cable-Cars wird hier verkauft. Oder wurde. Was ist denn los? Bei der Nummer rufe ich gleich mal an. Danke für Ihren Anruf. Ich bin Melissa. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hier ist Peter. Ich versuche, Fahrkarten für die klassische Cable-Car-Tour zu kriegen. Okay, gerne. Ich habe noch was für 8 Uhr morgen früh. Die geht an der Haltestelle an den Pierce los. Das ist nicht weit weg von dem Ort, an dem Sie gerade stehen. Und dann habe ich noch eine Tour, die am Union Square beginnt. Wir sind zu zweit? Gerne. Dann brauche ich nur noch Ihren vollständigen Namen. Peter. Ich buche für zwei Personen ab der Haltestelle Union Square, mitten im Stadtzentrum. Sie haben zwei Tickets für die 9 Uhr-Tour im klassischen Cable-Car. Das macht dann 150 Dollar glatt. Okay. Schön teuer. Die Reservierung läuft auf Ihren Namen. Ihre Begleitung kommt einfach mit. Gar kein Problem. Sie haben es geschafft. Alright, thank you very much. Have a good day. Wem habe ich da jetzt gerade meine Kreditkartennummer gegeben? Für 150 Dollar? Das sind 130, 140 Euro. Bitte. Dafür, dass ich hier auf das Original komme. Nochmal. Hier steht, Come ride San Francisco's only authentic Cable-Car-Tour. Das heißt, hier gibt es die einzige authentische Cable-Car-Tour. Und authentisch, darauf stehen wir ja. Und ich bin gespannt, was uns da für eine Tour erwartet. Sehr gespannt. Ich meine, wenn der Laden schon zu ist, muss ich mal sehen. Ich meine, das ist ja schön. I'm such a way to day. Am nächsten Morgen freue ich mich auf die Cable-Car-Tour. Los geht's für mich an der Haltestelle Union Square. Hier kommt jetzt gerade alles. Viel Straßenverkehr, lauter Ubers, Taxis und weiter. Ach, aber nicht unsere Bahn. Wollen Sie mit dem Big Bus fahren? Nee, ich suche die richtige Haltestelle für das Cable-Car. Da drüben? Oh, keine Ahnung. Wissen Sie, wo die Classic-Cable-Car-Tour startet? Ah, check mal die andere Ecke. Vielleicht da, ich weiß nicht genau. So schwer kann das doch nicht sein, oder? Da ist ja nicht die Haltestelle. Wir sollten da hinten hin kommen. Da steht sie. Schau mal, da. Moment. Moment, da fehlt was. So. Das ist nicht unserer, bitte nicht. Here it is. Doch, ist er. Leider nicht unsere Bahn, sondern unser Bus. Vielleicht ist das ja was ganz Neumodisches. Das kennt man ja so. Amphibien-Fahrzeuge quasi für die Schiene. Die können auf der Straße, auf Reifen und auf der Schiene fahren. Ich glaube aber nicht. Ich habe das Gefühl, wir sitzen hier in einer Imitation eines Cable-Cars. Und nicht in dem historischen Original. Das ist jetzt nicht wirklich so, oder? Guten Morgen. Bist du Peter? Ja, das ist mir. Hey Kurt. Wie geht's? Hallo. Gut. Ich erzähle euch was über San Francisco. Oh, sehr toll, mein Lieber. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ihr seid pünktlich und wir sind gleich startklar. Das ist ja ein netter Kerl. Das ist ja alles schön. Aber das ist hier, glaube ich, kein Cable-Cars. Ja, tschüss. Okay, jetzt wissen wir es auch, ne? Und damit ist im Prinzip diese Abzocke vor der ersten Station uns schon klar. Das Schlimme ist nur, in dem Moment, wo Ihnen das klar wird, sitzen Sie hier mit vier Leuten und haben fast 300 Euro bezahlt. Das ist nicht das historische Original, als dass es verkauft wird. Authentische Original-Cable-Cars sehen anders aus und fahren vor allem nicht über diese Straße hier, weil hier gibt es keine Kabel. Schau mal. So geht's im Bus, der aussieht wie ein Cable-Car, aber keins ist durch San Francisco. Eine ganz klassische Stadtrundfahrt also. Rathaus und die berühmten Painted-Ladies-Häuser sehe ich. Schön, aber ich fahre Bus statt Cable-Car und breche ab. Bye-bye now, bye-bye now. Ja, der Mann war nett. Es ist aber leider das falsche Gefährt. Das ist keine, da fährt sie, historische Straßenbahn aus San Francisco. Das ist ein Nachbau und das ist, ja, ich finde schon ein Fake, obwohl der Typ als Fremdenführer eine Wucht war, bin ich als Tourist natürlich enttäuscht, weil ich sitze in der Fälschung. Da kommt gleich noch eine, das ist eine richtige Industrie hier mit denen. Das ist die nächste, auch auf Rädern und dann fühle ich mich schon irgendwie abgezockt. Zumal bei dem extrem hohen Preis, 65 Euro, 70 Dollar pro Person, darüber wird zu sprechen sein. Das ist echt verschlossen. Hier ist keiner, wir waren, schiss, halb zwölf, normale Geschäftszeiten. Ich frage mal nebenan, ob da jemand Bescheid weiß, wo die sind. Entschuldigen Sie, Sir, ich habe eine Frage. Ich suche das Büro hier, das von Ihrem Nachbarn, dem mit dem Cable Car? Ich weiß nicht. Aber die sind noch unterwegs? Ja, klar, die sind noch da. Tickets gibt es aber online, ich weiß nicht. Ah, aber im Büro ist jetzt niemand? Nein, das Büro ist zu, schon lange Zeit. Oh, schon lange? Ja. Okay. Also der Nachbar meint auch, hier gibt es schon lange keine Geschäftstätigkeit mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt verstehe ich vieles. Das erklärt sich mir, weil sowas, sowas möchte man natürlich nicht an die große Glocke hängen und irgendwie irgendwo verkaufen. Das ist genau richtig, jemand kommt her als Tourist, sieht, oh, authentisches Cable Car und ruft diese Nummer an. Und auch ich wähle diese Nummer nochmal, aber nur um reinen Tisch zu machen. Vielen Dank für Ihren Anruf, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, eine Frage. Ich habe festgestellt, dass Ihre Tour gar nichts mit dem echten Cable Car zu tun hat. Was meinen Sie, das ist nicht das echte Cable Car? Es ist nicht das San Francisco Cable Car, was Sie da verkaufen. Das klassische eben. Es gibt zwei Typen von Cable Cars hier. Das eine auf Rädern, das andere auf Schienen. Wir, also uns gehört das auf Rädern. Ja, ich verstehe. Ich glaube, das sollten Sie Ihren Kunden dann auch sagen, dass es Bustouren sind. Oh, aufgelegt. So ist es, wenn man kein echtes Geschäft mit Leuten mehr machen kann, weil man irgendwann auch aufgeflogen ist. Das spricht sich natürlich rum im Laufe der Jahre, dass das hier im Prinzip sowas wie eine gefälschte Cable Car Tour ist. Aber keine Bange. Man muss da nicht drauf reinfallen. Man kommt auch ganz sicher und für viel weniger Geld auf ein Classic Cable Car. Dazu muss ich zurück an die Starthaltestelle. Ich kaufe keine Einzelfahrt, sondern ein Tagesticket. Der Vorteil, ich spare mir die lange Warteschlange, denn damit kann ich an jedem x-beliebigen Stopp zusteigen. So, und es ist doch eigentlich ganz einfach. Wer dieses historische Gefährt genießen möchte, der kauft sich so einen Tagespass. Der kostet gute 20 Euro. Und mit dem kann man, so oft man möchte, ohne großes Anstehen, diese Bahn fahren. Und im Übrigen auch alle anderen Busse und Bahnen, Straßenbahnen zum Beispiel, die es in San Francisco gibt. Denn nichts anderes ist dieses Gefährt ein öffentliches Verkehrsmittel. Und nicht eine Tour für 70 Euro pro Person, die alles andere als historisch ist. Nice ride, buddy. Alright, man. Mein Trip nach San Francisco geht zu Ende. Ich halte fest, hier ist es sicher. Und die Abzocken sind überschaubar. Planen Sie diese Perle der Westküste unbedingt ein bei Ihrem nächsten USA-Urlaub. Planen Sie diese Perle der Westküste. 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 Bis zum nächsten Mal.